Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu Battlefield Hardline Multiplayer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier in Downtown, bei der oberen Groß natürlich. Obwohl Groß ein bisschen lange geht, aber Groß ist natürlich sehr actionhaltig und was ich hier mache, ist eigentlich glaube ich gerade total scheiße. Weil die stehen natürlich immer da vorne. Das ist glaube ich gerade ein kleiner Fail, den ich hier mache. Wir gucken mal, dass... Oh, diese scheiß Nahkampftaste, diese verfickte Nahkampftaste, ne, R3. Ich drücke das immer aus Versehen und dann mache ich natürlich einen Nahkampfangriff, anstatt denen die Kugel in den Kopf zu jagen. Aufzug hört hoch. Komm, 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 komm. Also irgendwie, der hat jetzt noch 100, ne, ohne Quatsch jetzt. Ihr habt gerade gesehen, dass ich den getroffen habe, oder? Der Typ hat jetzt noch 100. Ich frage mich, wie das funktioniert. Also ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht wirklich, wie das gehen soll. Ob der eine Sofortheilung oder was von 5000 Prozent? Wie oft ich jetzt schon Fuck gesagt habe, ne? Fuck ist einfach mein Lieblingswort in dem Spiel. Na komm her, du Pisser. Brauchst nicht kriechen. Du bist schon lang genug am Boden. Und jetzt hole ich dich auf dem Boden der Tatsachen zurück. Oh man, hier geht's auch irgendwie ab. Oh, oh, oh. Das ist einfach extrem geil, ne? Extrem nice ist das einfach. Komm, 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 komm. Dieser automatische Einsatz ist eigentlich ganz cool. Aber es dauert mir manchmal zu lange, eher der hier startet. Darf ich jetzt raus? Ich glaube, hier sind wir gerade irgendwie... ...ein bisschen falsch. Ne, da hinten, da sind welche. Gehen wir mal woanders lang. Hier hinten vielleicht hoch. Was steigt denn hier für eine Party, ey? Das ist ja total die Action. Hier können wir vielleicht hoch. Auch vorsichtig. Langsam, 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 Baby. Langsam, langsam. Wir lassen die Sache ruhig angehen. Ne? Ey, hier drinnen. Ich glaube, auf dem Dach... Ich glaube, auf dem Dach steigt der Kindergeburtstag. Ja, aber wenn ich hier jetzt einsteige, haben wir, glaube ich, auch verschissen, ne? Ne, komm, komm, komm. Oh, ich Vollidiot. Aber gut, ich wollte, dass der mitfährt. Dann komm her. Komm her, Mann. Und jetzt hoch. Welche Etage? Dachgeschoss. Wollen wir mal. Und jetzt... Jetzt gehen wir eh drauf. Oh, Mann, aber einen. Einen habe ich weggeholt. Und das auch noch mit einem sauren Headshot. Das ist natürlich geil. Das ist geil. Das ist geil. Komm, Baby. Komm schon. Ey, cool. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Ach so, das ist das Ding, was wir hier... Ach ja. Okay. Hier wäre natürlich jetzt... Hier ist natürlich mit der Waffe jetzt ein bisschen tote Hose. Ein Sniper wäre hier cooler. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh. Oh, Mann, Alter. Hätte ich schneller schalten müssen. Nicht, Depp. Da hätte ich jetzt schneller schalten müssen. Das habe ich jetzt gerade nicht gepeilt. Oder ich habe die nicht gesehen. So rum. Komm, 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 komm. Hier will ich runter. Hier will ich runter. Jetzt sind wir, glaube ich, auf dem Dach der Gegner. Wahrscheinlich habe ich es eh... habe ich es eh wieder... Wahrscheinlich kann ich es eh wieder vergessen. Komm, geht hier irgendwas ab? Na, kommt. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass uns hier die Granaten treffen. Oder die von hinten jetzt kommen. Es gibt es ja auch manchmal. Komm, komm, komm. Da kommt, Mädels. Mensch, diese scheiß Brandgranaten. Jo, ein schärftes Ding mal, damit wir da notfalls runter können, falls wir müssen. Mensch. Also, die Position ist kacke, weil wenn nämlich da die Leute hinter dir stehen, kommst du nicht mehr durch. Dann hast du ganz schön verkackt. Kann man hier noch irgendwo anders runter? Nee, Mann. Hier kommt man nirgends wo runter. Ich bin jetzt quasi hier gefangen. Bringt ihn hier raus. Du kriegst gleich ein Headdy. Oh Mann, man sieht überhaupt nix hier. Ey, genau, die habe ich auch noch. Oh, Alter. Wie dir der Wege versperrt wird. Also, ich glaube, ich springe hier mal runter. Weil irgendwie geht hier ja nix ab. Ich hocke ja nur hier oben rum. Also, runter mit uns. Yippee. Schnell den Schirm aufschmeißen. Ansonsten sind wir aufgeschmissen. Hier ab, dann steht einer. Ja, den wir wieder nicht treffen. Nur mit ein bisschen Glück. Also, wo können wir denn noch hin? Oben ist... Oben steigt die Party. Aber oben wollen wir nicht hin, weil oben einfach zu viel Action ist. Und wir dann nachher nicht mehr rauskommen. Vielleicht noch mal neu von hier. Von hier, ja. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nicht gleich sterben. Ey, und wenn der... Wenn der sich hinsetzt, ne? Steigt der immer so nach vorne. Also, den kriegt der automatisch nach vorne. Na, komm vor. Ist doch gerade einer hingerannt. Oh, wir haben verkackt. Jo, wir haben verkackt. Die Granate hat richtig gut gesessen. Na gut, was heißt richtig gut? Ich meine, im Aufzug kann sie ja nirgendswohin. Die konnte ja nur da sitzen. Komm, komm, komm. Starte, starte. Bin ich denn hier? Ah, hier wird noch gebaut. Hier wird umgebaut. Klimageräte werden erneuert. Ja, die Türen sind abgeschlossen. Die Fluchtwege sind versperrt. Sollte man auch mal das Bauamt vorbeischicken. Die sollen sich die ganze Sache hier mal angucken. Hier ist noch einiger Klärungsbedarf. Ja, wo bin ich denn hier jetzt eigentlich wieder auf welchem Schrotthaus? Da kommt ein Kampfer, Eli. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Also, hier könnte ich hoch. Da sterbe ich aber bestimmt wieder. Oh, da ist was los. Nee, da ist doch nichts los. Von wo werde ich schon wieder beschossen? Oh. Oh, hier hinten ist irgendwo einer. Irgendwo hier war einer. Mit Sniper. Wo auch immer. Ich glaube, wir gehen mal hoch. Also, wir versuchen noch mal unser Glück. Ich überlege mir ja manchmal, ob ich einfach gleich, wenn die Tür aufgeht, eine Granate reinschmetter, aber das bringt meistens auch nichts. Wie hat das jetzt funktioniert? Ach so. Der hat jetzt vor dem Aufzug einen Sprengsatz gelegt und wenn das Ding aufgeht, bin ich dran quasi. Ja, Leute. Irgendwie haben wir hier eine Losergruppe. Das ist genauso wie beim letzten Part. Ja, sitzt einfach nicht. Das ist genauso wie beim letzten Part. Irgendwie haben wir total die Arschkarte hier. Irgendwie sind wir in der Losergruppe. Vielleicht sind die ja sogar alle irgendwie in einer Party und belabern sich gegenseitig. Also sprechen miteinander. Die kennen sich... Ach so, das ist von uns. Die kennen sich vielleicht alle irgendwie. Ja, und wieder muss ich hier runter, weil das hier alles nichts bringt. Komm, 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 komm. Ja, man trifft den nicht. Ob man da eine Granate reinwerfen kann? Ich versuch das mal. Oh Mann, Alter. Warum treffe ich den Typ nicht? Warum treffe ich den Schweinehund nicht? Das ist doch kacke. Und Jigga. Komm, komm, komm. Also manchmal dauert es echt ewig, ne? Ich glaube, hier unten. Ah, da hinten sind sie auch. Sitzen hier welche drinnen, ne? Ah, von uns sitzen aber hier drin. Ich hab schon gedacht, hier steigt die Party mit den Gegnern. Ja, wir jumpen mal schnell hier rüber. Allerdings hast du hier, glaube ich, auch schon wieder total die Arschkarte. Ah, Mann. Menno. Der Steenkart. Denkart. Oh, nice. Ha, geil. Von wo? Ja, von irgendwo. Von, von hier. Wie konnte der... Ach so, naja. Keine Ahnung, wie der mich treffen konnte. Da ist ja eigentlich noch die Hecke und diese, dieses Bordständling dazwischen, ne? Keine Ahnung. Er hat mich halt getötet. Hier nochmal irgendwo was ab. Ach, das ist doch Mist, Mann. Das ist doch echt kacke hier. Die haben sich total verschanzt. Du hast doch gar keine Chance mehr. Mann, du hast überhaupt gar keine Chance. Und da hinten links hab ich auch einen gesehen. Hey. Da ist doch jetzt kein Aufzug gekommen, oder? Habt ihr was gehört, das dann aufzukommt? Also, ich hab nix gehört. Und hinter mir hergehandelt ist auch keiner, weil ich hätte, das hätte ich gesehen und hätte ich gehört. Mann, ich bin ja auch schon wieder... Ich bin ja auch schon wieder in einer total scheiß Position, glaube ich. Obwohl die... Obwohl, so scheiß ist die vielleicht. Granate kommt! Halt einer auf dem Tod! Haben wir das Ding jetzt hier eingenommen, dann? Das wär echt cool. Komm schon, Mann! Ja, von wo? Von hier schon wieder irgendwo. Verpiss dich! Oh, Mann, Alter! Aber den haben wir noch gekillt! Vollkratz! Wohlkratz! Wohlkratz! Haben wir noch mitgerissen in den Tod! Haben somit unseren Respawn verdient! Mensch! Alter! Von da hinten? Das gibt's doch jetzt aber auch schon wieder nicht. Was da hinten jetzt auch schon wieder... welche drauf sitzen. Das ist doch Wahnsinn! Achtung! Heiß dich auf! Das ist ein Go! Oh, den Panzer! Oh, Mist! Ach, den Form ist einer! Scheiße! Ja, hier ist was los, sag ich euch. Hier geht's richtig ab in dem Spiel. Richtige Party! Offices! Was macht er hier? Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Hätte ich da mal eine Granate reingeworfen! Ich bin immer unzufrieden mit mir! Ist doch kacke! Komm! Wo sind wir hier? Hier war ich auch noch nicht. So, hier können wir... Mann am Boden! Wiederhole! Mann am Boden! Ja, von Boden! Ja, kommen wir hier irgendwo anders raus? Ich glaub nicht. Wir kommen hier nicht mehr raus aus dieser Geschichte. Hm. Hä? Ja, diese gepanzerten Autos sind auch extrem kacke, weil die kriegst du einfach nicht kaputt. Die kriegst du einfach nicht kaputt, die Dinger. Stresst halt auch so ein bisschen, wenn man die so viel aushalten, die Dinger. Komm, komm, komm! Oh! Geil! Oh, Mann, Mist, Alter! Kaum hab ich geil ausgesprochen, bin ich schon wieder tot. Scheiße! Hm, wenn ich auf die Dinger schieße, passiert überhaupt nichts. Kaum bin ich drinne, ein Schuss tot. Also entweder bin ich jetzt raus aus dem Spiel. Oder, wie ich schon gesagt habe, ist das einfach hier eine extrem schwere Gegnergruppe. Und schon ewig zockt. Womöglich sogar in einer Party sind und sich besprechen. Denn irgendwie so richtig Chance hab ich hier irgendwie nicht. Kann der Typ nicht klettern, oder was? Hier sind auch welche. Komm schon, Baby, komm schon. Lauf mal eine Runde schneller. Ja, sollen wir nochmal hochgehen? Aber ich glaube, da haben wir auch wieder keine Chance. Vielleicht hier hinten nochmal versuchen. Wieder wäre eine Sniper extrem geil. Oh, ja, irgendwas hat hier gerade gebimmelt. Ich hab gedacht, da kam ein Aufzug. Das ist von uns. Oh, oh. Mensch. Ja, man hat ja keine Chance hier. Scheiße. Man hat hier überhaupt gar keine Chance. Mann. Mensch. Ah. Leute, mich regt das hier gerade zutiefst auf, ne? Aber ich glaube, in der letzten Folge hat mich das auch schon zutiefst aufgeregt. Irgendwie muss ich mich immer hier aufregen. In diesem verkackten Dreck hier. Lade nach, Mann. Wie lange braucht denn der Kollege hier immer? Das gibt's doch auch nicht, dass der hier Jahrzehnte zum Nachladen. Kannst du jetzt mal kaputt gehen? Jo. Oh, nice, Mann. Geil. Ja, nicht so geil. Wir sind wieder tot. Leider nicht so geil. Leider geil. Leider nicht so geil, muss man sagen. Ey, wie lange geht denn die Runde überhaupt noch? Das ist ja schon wieder eine wahnsinns Runde. Ich geh ran. Also hier sind von uns Leute. Wo denn? Oh, jetzt. Wo sind denn die hier oben? Ja, Mann. Hier oben sind die. Ist das von uns hier oder ist das nicht von uns? Oh, Mann. Die Granate hat schon wieder gesessen. Die sind oben, ne? Gehen wir auch mal hoch. Gucken wir uns den Geburtstag hier mal an. Danke für die Muni, Kumpel. Da kommen wir jetzt nicht rüber, aber vielleicht können wir hiermit irgendwie... Ah, Mist. 22, 20. Wieder so grottenschlecht, Alter. Naja, vielleicht im nächsten Part. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr es geil fandet, abonniert mich bitte. Unterstützt mich. Das wäre natürlich extrem geil. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play zu Battlefield Hardline oder einer meiner anderen Projekte. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.